Ein Tag ohne Schokolade und Kuchen und die Wampe ist immer noch da. Ich ahnte bereits, dass es daran nicht liegen kann. Liebe Frauen, wenn ihr euch die Augenbrauen tätowieren lasst, dann bitte auf normaler Höhe. Niemand ist dauerhaft erstaunt. Hungrig ins Bett gegangen, satt aufgewacht. Panisch alle Kissen und Haustiere nachgezählt. Du bist heiß und ich würde dir gerne das Gehirn rausvögeln. Aber dein Ed Hardy-Shirt sagt mir, dass das scheinbar schon jemand getan hat. Ich sag's jetzt schon mal. Wenn wir alle zur Hölle fahren, brauche ich einen Sitz in Fahrtrichtung, sonst wird mir schlecht. Statt Krebswarnungen sollten Sie mit dem Kauf dieser Zigaretten unterstützen Sie Ihre Regierung mit 3,65 Euro auf die Packungen drücken. Das würde mehr abschrecken. Spontan einen Passanten umarmt, weil an der Ampel Fußgänger bitte drücken stand. Und auf Unverständnis gestoßen. Echte Freunde sind wie Mixtapes. Facettenreich, nie langweilig. Helfer in traurigen Zeiten. Das ist ganz wichtig. Digital ist keine Alternative. Bei Facebook das Geburtsdatum auf heute gestellt. Glückwünsche erhalten. Freundesliste überarbeitet. Das Leben ist ein ständiges Nehmen und Geben. Mal übernimmt man sich, mal übergibt man sich. Männer können einfach nicht richtig zuhören. Sind wir gar nicht. Freundin in neuer Wohnung besucht. Sie sagt, ich sollte mich wie zu Hause fühlen. Dann schmisse ich sie raus. Ich mag keinen Besuch. Immer diese Tätowierung mit den Namen der Kinder. Wenn man schon so vergesslich ist, wäre es nicht einfacher, die Kinder zu beschriften? Habe meine Ernährung umgestellt. Die Chips sind jetzt links vom Laptop. Ist das Fleisch von glücklichen Tieren? Natürlich. Wir haben sie unter Drogen gesetzt und dann beim Ficken erschossen. Formel 1 ist total unrealistisch. Warum werfen die Fahrer denn keine Bananenschalen hinter sich auf die Strecke? Oh, mein Kopf ist heute so leer. Ich könnte mich direkt bei Germany's Next Topmodel bewerben. Mein Psychiater meinte, er wolle sich in meine Situation versetzen. Er liegt jetzt geknebelt und mit einer Zwangsjacke gefesselt in meiner Zelle. Jeder, der sagt, die Geburt eines Kindes sei das Schönste im Leben, dem sind wohl noch nie zwei Snickers auf einmal aus dem Snackautomaten gefallen. Vegetarier, die kein Fleisch essen, aber Wurst aus Tofu. Erinnern mich an Lesben, die keine Männer brauchen, aber Penisse lutschen aus Plastik. Wir leben in einer Welt, in der wir unsere Essensfotos mit der ganzen Welt teilen. Aber nicht unser Essen. Bei Facebook sind alle plötzlich gegen Rassismus, lieben ihre Mütter und haben Respekt vor kranken Kindern und Tieren. Ach, warum klappt das nicht in der realen Welt? Nichts hat mir mehr beigebracht, als die Tüte Leckmuscheln, die ich zum 12. Geburtstag bekommen habe. Frauen sind nicht kompliziert. Sie wollen nur geliebt werden und Überraschungen und Schmuck und andere Dinge, die du erraten musst. Mädels, ein Hinweis zum Thema Lidschatten. Der Grat zwischen verruchten Smoky Eyes und versoffene Cracknote ist schmal, sehr schmal. Verpackung aus dem Müll rausholen, um nach der Backzeit zu schauen. Ich immer. Um 3 Uhr in der Nacht rufe ich demnächst meine Mutter an, damit sie mal sieht, wie das ist, wenn sie sonntags um 13 Uhr bei mir anruft. Auf Facebook berühmt zu sein, ist wie im Kindergarten den größten Penis zu haben. Ist zwar toll, bringt letztlich aber doch nichts. Manchmal gehe ich in den Garten kacken, damit potenzielle Einbrecher glauben, ich hätte einen großen Hund. Ein stiller Mann ist ein entspannter Mann. Eine stille Frau ist meistens sauer. Das sind keine Falten, das sind Narben vom Wecker. Das Kind zu Obama. Mein Vater sagt, sie können in meinen Computer gucken. Obama. Das ist nicht dein Vater. Du willst testen, ob eine Frau Humor hat? Leg ihr einen meterlangen Weg aus Rosenblättern und Teelichtern, dessen Ende das Spülbecken ist. Ich mag den Sommer ja nicht so. Ständig picken einem die überfahrenen Fußgänger und Fahrradfahrer an der Windschutzscheibe fest. Abends gehe ich mit einer Schüssel Nudelsalat spazieren, um den Eindruck zu erwecken, ich hätte Freunde, die mich zu Partys einladen. Niemand fährt die Treppen so schnell vom dritten in den vierten Stock runter, wie der gefesselte Praktikant auf seinem Drehstuhl. Du warst erst dann richtig feiern, wenn du morgens in den Spiegel schaust, er sich wegdreht und sagt, wird mir schlecht. Werbepausen bei ProSieben sind toll. Man kann sich ein Bier holen. Aus der Kühltruhe. Von der Tanke. In Papua-Neuguinea. Meine Oma hat immer gesagt, nichts ist leichter als Kindererziehung. Halt da einfach die Jungs vom Blaulicht und die Mädchen vom Rotlicht fern. Der nächste, der meiner Ex zärtlich über den Nacken fährt, ist hoffentlich ein Sattelschlepper. Überall diese Smartphones. Man kann sich nicht mal mehr spontan in der U-Bahn den Sack rasieren, ohne dass der Chef das auf YouTube sieht. Ich tanze in etwa so, wie sich auf einer einsamen Insel gestrandete Menschen bewegen, wenn sie am Horizont ein Flugzeug sehen. Die anerkennenden Blicke meiner Nachbarn nehme ich Kern entgegen. Muss ja keiner wissen, dass ich nur laut Damentennis geguckt habe. Die Kassenschlange im Rewe ist so lang, dass der ADAC schon Decken und heiße Getränke verteilt. Ein Mädel knipst im Bad drei Stunden lang 400 Fotos, zwei Stunden lang löscht sie 350, eine Stunde lang bearbeitet sie 50 und postet dann ein einziges. Das bin ich, ganz spontan. Meine Frau hat mich vor ein Gericht gezerrt und zwingt mich nun davon zu essen. Verschlafen ist doch auch bloß eine Schutzfunktion des Körpers, damit beschissene Tage nicht zu lang werden. Bringt auch nichts, wenn das Parfüm Boss heißt, du aber trotzdem nur nach Hugo riechst. Aus mir ist vielleicht nichts geworden, aber mein Tamagotchi lebt noch heute. Edward Snowden wird nächstes Jahr das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts unterrichten. Für die Dorfjugend und Großstadtproleten, ein lauter Auspuff macht aus einem Scheißauto kein Sportwagen, sondern ein lautes Scheißauto. Mit Frauen diskutieren ist wie Schachspiel mit einer Taube. Am Ende schmeißt die Taube einfach alle Figuren um, kackt aufs Brett und fliegt weg, wenn ihr was nicht passt. Auf meinem Türschild steht, bitte nicht stören, ich bin schon gestört genug. Hätte ich eine Kochshow, würde sie zu 90% zeigen, wie ich immer wieder zum Mülleimer renne und auf der Verpackung die Kochanleitung lese. Auf der Treppe umgeknickt, versehentlich Gold im Bodenturnen gewonnen. Das Problem mit der Liebe ist, dass auch Herzlose mitmachen dürfen. Beim Banken plane ich immer ein bisschen mehr Zeit ein, damit die Eier die Trennung verarbeiten können. Da wollte ich der netten alten Dame über die Straße helfen, dann war es doch nur eine 18-Jährige auf dem Weg zum Solarium. Es gibt Leute, die fahren so langsam, die werden nicht geblitzt, sondern gemalt. Wir wollten 100 Frauen etwas fragen, die erste antwortete immer noch. Mein Hemd ist kaputt, ich habe unten zwei Knopflöcher zu viel und dafür aber oben zwei Knöpfe über. Billig scheiß. Wer hat diese großen Darmhandtaschen erfunden? Halte gerade die meiner Begleitung kurz fest. Mit so einem Teil macht das SEK sonst Türen auf. Justin Bieber wurde beim Cannabisrauchen erwischt. Oh, die Fans von Justin sind entsetzt. Die Fans von Cannabis auch. Die Mädels von heute tragen so kurze Röcke, dass sie die Schuhe farblich mit dem Slip abstimmen müssen. Niemals den Humor verlieren, er ist die einzige effektive Waffe gegen den Ernst des Lebens. Lieber im Dunkeln sitzen, als von Blendern umgeben zu sein. Du bist also Vegetarier, so richtig aus Tierliebe und so? Nein, aus Pflanzenhass, reinem Pflanzenhass. Ich war heute vegan essen. Echt? Was gab's denn? Holz. Wenn mir langweilig ist, öffne ich den Kühlschrank und beleidige die Leberwurst. Der Hirntod bleibt ja bei vielen Jahren lang unbemerkt. Sagt der Banker. Welche Sicherheiten können Sie uns bieten? Sagt der Kunde. Ich glaube nicht, dass Sie in der Position sind, diese Frage zu stellen. Wenn man die Buchstabensuppe wieder auskotzt, ist das dann gebrochenes Deutsch? Zum Glück ist in Amerika der Herztod und nicht wie in Europa der Hirntod, ausschlaggebend für die Ausstellung eines Totenscheins. Sonst wäre Michael Jackson schon in den 90ern gestorben. Ich bin kein Klugscheißer. Ich weiß es wirklich besser. Es gibt keinen besseren Badezusatz als einen weiteren Männchen. Wenn der Junge hier im Bus noch ein einziges Mal seine Biberfrisur zurechtschüttelt, dann gehele ich ihm die Haare nach hinten. Mit Spucke. Mit Spucke. Mit Spucke. Mit Spucke. Mit Spucke. Mit Spucke. Mit Spucke.